Das Bürgergeld steigt zum 01.01.2024 um fast 12 Prozent. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, gestern am 29. August 2023 kam es wie ein großer Paukenschlag. Das Bürgergeld soll zum 01.01.2024 um sage und schreibe fast 12 Prozent steigen. Und zwar innerhalb der jeweiligen Zuordnungsgruppen oder wie man hier auch sagt, innerhalb der jeweiligen Sätze. Das heißt also für einen Alleinstehenden soll es dann von 502 Euro auf 563 Euro im Monat nach oben gehen. Und ich zeige Ihnen das mal ganz kurz. Der Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sagt also ganz klipp und klar, gerade in der Krise und den Krisenzeiten und Umbrüchen muss man sich auf den Sozialstaat verlassen können. So seine Aussage. Und deshalb gibt es eine Erhöhung von gut 12 Prozent. Meine Damen und Herren, jetzt ist es natürlich so, dass nicht jeder 60 Euro mehr Bürgergeld bekommt, sondern es gibt dann eben in den verschiedenen Sätzen hier auch verschiedene Erhöhungen. Zum Beispiel sollen dann Jugendliche vom 15. Lebensjahr bis unter 18 Jahre sollen dann künftig 471 Euro statt 420 Euro bekommen. Derzeit beziehen in Deutschland 5,5 Millionen Menschen das Bürgergeld, darunter ca. 1,68 Millionen Arbeitslose. Meine Damen und Herren, das Interessante an dieser Aussage von Hubertus Heil ist, dass das Bürgergeld, die Anpassung des Bürgergeldes an die Inflation gedeckelt ist. Und zwar wird jetzt durch die Reform des Hartz IV, was ja abgelöst worden ist durch das Bürgergeld, die Höhe der Leistung schneller als früher an die Preisentwicklung angepasst. Zuvor war die Inflation nur sehr zeitverzögernd berücksichtigt worden. Nun wird das Lohn- und Inflationsniveau für die Regelsätze des Folgejahres bis zum zweiten Quartal des aktuellen Jahres berücksichtigt. Meine Damen und Herren, diese Bürgergelderhöhung sorgt nicht nur für Freude bei den Betroffenen, die das Geld sicherlich sehr gut gebrauchen können. Es sorgt auch für viel Ärger bei aktuell auch Rentnerinnen und Rentnern. Denn es ist denen völlig unklar, wieso Bürgergeldempfänger Leistungen ab dem 01.01.2024 erhöht bekommen. Und zwar an die Inflationsgebunden. Das heißt also, meine Damen und Herren, dass es eigentlich im Grunde genommen auch Menschen gibt, die sich wünschen würden, dass sie auch einen Ausgleich, einen inflationsbedingten Ausgleich für die inflationsbedingten Kosten bekommen. Denn das ist ja das, was Hubertus Heil bei den Bürgergeldempfängern hier ganz klar sagt. Er sagt, ihr, die Bedürftigen, ihr bekommt mehr Geld, damit ihr die inflationsbedingten Mehrkosten hier besser abfedern oder tragen könnt. Das geht aber bei den Rentnerinnen und Rentnern in Deutschland genauso. Die haben auch inflationsbedingte Mehrkosten. Und ich kenne wirklich sehr, sehr viele Rentnerinnen und Rentner, deren Einkünfte gerade mal so hoch sind wie die Regelsätze plus die Kosten der Unterkunft. Meine Damen und Herren, das ist eine Sache, die ich für höchst problematisch halte. Warum hier? Zum einen, ich gönne es den Bürgergeldempfängern wirklich sehr. Ja, vor allen Dingen denjenigen, die noch aufstocken, die also arbeiten gehen und dann tatsächlich hier noch Restansprüche haben. Oder denjenigen, die zum Beispiel aufgrund von Krankheit und Behinderung leider nicht mehr arbeiten können und deshalb auch auf das Bürgergeld angewiesen sind. Denen gönne ich das wirklich sehr. Aber meine Damen und Herren, wir sitzen doch alle in einem Boot. Nicht nur der Hubertus Heil, der ja als quasi Beamter hier Anspruch auf die 3000 Euro Inflationsausgleichsprämie hat oder die vielen Beamtinnen und Beamten und auch die pensionierten Beamten, die das Geld bekommen, also diese Inflationsausgleichsprämie. Und hier erhalten die Bürgergeldempfänger inflationsbedingt auch einen Ausgleich. Ja, warum für die Rentner eigentlich nicht? Und das ist aus meiner Sicht eigentlich das große Ärgernis, was ich hier sehe. Und deshalb kann ich nur die handelnde Politik, die aktuelle Politik nur auffordern, schaffen sie endlich auch für Rentnerinnen und Rentner in Deutschland einen entsprechenden Inflationsausgleich. Es ist äußerst ungerecht und ich kann auch viele verstehen, die sich darüber sehr, sehr aufregen. Es ist äußerst ungerecht, dass Rentnerinnen und Rentner nur deshalb, weil sie eine Rentenerhöhung bekommen haben, nicht berücksichtigt werden. Aber insgesamt kann ich nur sagen, große Freude für 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger. Zum 01.01.2024 gibt es rund 12% mehr Bürgergeld in den entsprechenden Regelsätzen. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Na bitte.